Ich hab ihn. Ich hab ihn. Kopftreffer sogar. Na ja. Machen wir halt damit weiter. Das kommt jetzt am Dienstag. Also heute ist Dienstag, wenn das rauskommt. Und deswegen freut euch drauf. Ich will einen Panzer. Ich will einen Panzer. Geht weg. Ich will. Ich will. Ich. Mein Panzer. Weg. Nein. Dann will ich den zweiten Panzer. Ja. Ich hab ihn. Also muss ich noch jemand mitnehmen? Gut. Habe ich an dabei. Showtime. Ja, it's Showtime, Junge. Oh oh. Hol den Fluger runter. Fluger. Flieger. Wo müssen wir denn hin eigentlich, Junge? Ah, da vorne sind immer ganz viele Punkte. Oh mein, ich fahr wie ein besoffener Panzer. Feuer, oder? Feuer. Boah. Wuhu. 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 Wer fällt ein? Wum macht es diese Station da platt? Boom. Jetzt wird ein Busch mitgenommen und noch ein paar mitgenommen. Wum. Alles mehr mit. Tarnung, Jungs. Tarnung. AP-Munition. Anti-Panzer-Munition. Ja, der ballert mir ein bisschen viel rum. Wuhu. Wuhu. War fast knapp. Ja. Oh. Das war nichts. Ah. Da ist ein Panzer. Oh. Oh. Wie geil ist das denn? Das macht einfach nur Spaß. Da kann ich einfach nicht mehr sagen. Es macht einfach nur Spaß. Oh. 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 Da war einer. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Kopftreffer sogar. Boah. Du wirst ja auch taub. Ich bin direkt vor dem Panzer gelaufen. Da bin ich echt direkt vor dem Panzer gelaufen. Junge, Junge, Junge. Macht das Spaß. Das macht Spaß ohne Ende. Ich kann mich so begeistern für Sachen. Das ist nicht schön, gell? Oh. Ist einfach schön. Oh. Ich will ja auch unbedingt noch den Sniper ausprobieren. Was soll er für meinen? Ja. Alter. Das ist so mega geil. Da geht das so richtig an. Da ist nichts. Ich bleibe lieber mal in den Gebäuden, weil... Ist das ein Mercedes? Nein. 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 Ist ja nirgendwo einer. Wo sind die ganzen? Ich bin der Beste in meinem Squad 1-1. Alles brennt schon. Wo ist hier die Map? Ich bin hier und der Feind ist da. Also da hin. Der Feind liegt zurück. Hat er es nicht? Ne. Egal. Da oben ist einer. Oh, er hat falsch. Ich weiß noch nicht welche Taste. Nein, Handgranate. Gut. Oh, aber schön spektakulär umgenietet. Ja, Flagge verteidigt. Kopftreffer noch und eliminiert. Junge, das war Pech für dich. Und irgendwo schießt er mit dem Panzer. Oh. Boah. Da ist er. Hier ist der andere Tibi. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Braucht er Muni? Ja. Junge, da ist die Munition. Oder das selber Muni-Tyb. Das kann natürlich auch sein. Das selber Muni-Tyb ist. Oder kann sich jemand anderes die Muni snacken? Ja. Jawoll. Es ist ja kaum bin ich mal richtig mit drin. Nein, lauft die Runde hier aber wie Schmitz Katze. Ja. Oh. 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 Da hat er 5-2. Jetzt testen wir noch den Sniper. Gut, der ist auch ein Sniper. Quack überlebt noch kurz. Was? Hm. Ruhelager nicht. Baustelle ich für ganz vorne. Nein, nein. Ja. Da will ich hin. Oh. Track-Nacht. Da gibt es ja auch die Track-Nacht hier. Wo bin ich jetzt gelaufen? Map. Ich wollte nicht ganz hinten und wo bin ich ganz hinten. Das ist doch klasse, oder? Hm. Da muss man ein bisschen üben. Mist. War doch nicht so einfach. Aber ich sehe ihn nicht. Da oben. Einmal erwischt habe ich ihn ja. Ja. Aber jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Was war das? Oh. Oh. Wie will ich das mit Liebe? Gib mir Geschütz. Können wir die lenken? Oh ja, die kann man lenken. Boom. Jetzt schaltet die auf. Nein, läuft nicht. Rühlt nicht auf. Jetzt aber. Ah. Fuck. Ich kriege ich aber jetzt. Boah. Alter, das gibt es doch nicht. Oh, das ist ein doofes Geschütz. Ey. Beck. Da habe ich ja nichts getroffen mit. Was sind denn da noch für Waffen? Pistol. Mobiler Spawn. Hm. Also einer, der Quack, arbeitet sich so richtig voll. Also das ist jetzt noch nichts, das gefällt mir nicht. Hm. Quack. Und hier der. Das hat mir so ein bisschen gefallen. Dann mache ich auch hier. Habe ich eigentlich nur verwundet. Deswegen. Wir haben eh gleich gewonnen. Ich krieg schon wieder auf die Fresse, wenn du dir nur zwei Kills. Na egal. Der blitzt so. Geh weg. Gib mir noch mal dein Spawn, bitte. Eben bei dir. Wenn du noch lange, lange wie du bleibst. Wo bin ich denn hier? Das ist super. Da hätte ich... Boah. Da hätte ich auch gleich fahren. Ein Pfeifendeckel. Uh. Uh. Schiep. Ein bisschen Autofahren. Brumm. 50". Bam. Ich nehm nie mal mit, weil ich will keinen Totenverantwortlicher in Gewinn. Ich meine, ich will nur ein? Ab eigentlich. Es gelohnt hat mich passt. Heute bin ich ihm runter." irgendwelche beschossen juhu killhilfe und rang ab rang ab und eine schrotze freigeschaltet flagge müssen das war eine flagge ich glaube deshalb halt mal wir haben gewonnen und dann würde ich sagen wir enden wir dieses letzte anspielen oder wie man es auch nennen mag mit einem schönen sieg und ich will das nächste mal hier weitermachen und ich hoffe ihr schaltet rein gebt mir euer feedback wie ihr es findet und macht mich glücklich schaltet rein wenn ich wieder spiele wang ab alle klassen perfekt schrotze dog tag und der marke eins sei noch ein bisschen sniper verletzung panzer bisschen abzeichen bis hier abzeichen gott private first class und deswegen würde ich sagen bis zum nächsten mal meine freunde ciao